Der Schlägeis 131 Klettersteig. Weniger Klettersteig als mehr ein Funpark am Ende des Zillertals geht es zu Beginn beim Parkplatz bei der Dominikushütte zurück und rechts steil in den Wald hinunter, wobei man zur rechten stets die Staumauer sehen kann. Den Wald kurz hinab und an Kühn vorbei, zum tiefsten Punkt der Staumauer, wo auch der kurze Klettersteig beginnt. 131 Meter gilt es entweder leicht mit der Schwierigkeit B oder auch etwas schwerer bei CD zu überwinden. Der Klettersteig besteht letztlich nur aus senkrechten Passagen nach oben und Quergängen nach rechts. Wer sich die steile direkte Variante zutraut, kann bei der zweiten Rastplattform gerade nach oben oder über die B-Variante weiter nach rechts. Der Klettersteig ist nicht jedermanns Sache, vor allem weil er mit konventionellen Klettersteigen rein gar nichts zu tun hat. Wie man sieht, lässt er sich auch bei schlechtem Wetter machen, rutschig sind die Stahlbügel ohnehin meistens. Die Ausgesetztheit und die ununterbrochene Höhe können für Personen mit empfindlicher Höhenangst durchaus ein Problem sein. Wenn dir der kurzknackige Tourguide gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Abonniert auch unseren Kanal, um in Zukunft Klettersteige, Hochtouren und Wanderungen immer als erstes zu sehen und auch interessante Ausrüstungsvideos nicht mehr zu verpassen. Wenn dir Steige gefallen, dann empfehle ich dir auch übrigens das Video vom Peter-Kowler-Klettersteig. Der hat nichts mit einer Staumauer zu tun. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch noch eine schöne Zeit und Bergheil.